So, zu Glück hat die Aufnahme gerade automatisch aufgehört. Jetzt hätte ich wieder einen übelsten fetten Spackenversprecher rausgehauen. Ey, ich weiß nicht, was mit mir in letzter Zeit los ist. Ich kann nicht mehr richtig Deutsch lesen, ich kann nicht mehr richtig Deutsch sprechen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. So, dann schauen wir mal. 31 Sterne von 225. Machen wir mal die Rookie Trophy. Ach du Scheiße. Aufgaben, erreiche eine Platzierung in den Top 3. Eine Rundenzeit von 112. Erreiche eine Platzierung in den Top 3 von 135 Stundenkilometer. Erreiche eine Rundenzeit von 52. Erreiche eine Platzierung in den Top 3. Oh, guck mal da, Westenliste, Alter. Das schaffst du bestimmt eh nicht in 6 Minuten 57. Okay. Ich bleib bei dem Mini. Never change a winning team, sag ich so. Nicht wahr? So. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Bereit. Los geht's. Schluck auf. Okay, ich schaff' mal, kein Problem. Alles Pille, Palle. So. Schön Vollgas. Mit Kurve. Dann kannst du auch Vollgas rein. Junge, 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 was gehen die hier auf den Sack, ne? Oh ja, was denn, ey? Kurvenstraße. Ja, klar. Ich fahr' mit Vollgas hinten rein. Warum genau nicht? So, ich schaff' mal, wie geberholt. Dann können wir da wieder in den rein. Wir holen den dann von außen oder auch nicht. So, jetzt können wir Gas geben. Ja, wir sind der Erster. So, sehr schön. So, Rundenzeit von 1.12 Uhr. Okay. Oh, ich hab' jetzt gedacht, ich hätt' jetzt schon nach rechts gemusst. Okay, jetzt ein bisschen bremsen. Wunderbar. Klappt doch alles. Mach' nur meine Ruhe, dann geht das, dann läuft das. Keine Gegner vor mir, die sich einen Weg stellen. Das hat doch alles kein Problem. Oh, das war glaube ich fehl'n. Da haben wir zu starken Problems jetzt. Ja, wir haben einen schönen, schönen Abstand. Ja, sollten wir schaffen von 1.12 Uhr. Sehr gut. Ah, wird knapp, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Oh, geschafft. Sehr gut. 2.29 Uhr. Haben wir geschafft, sehr schön. Rundenzeit 1.10 Uhr. Alter, Krampfkampf. Weiter, natürlich. So, dann kommt die nächste. Willst du denn 1, 2, 3, 4 Bahnen in 6 Minuten noch irgendwas schaffen? Na gut, die eine scheint eine kurze Bahn zu sein. Das sind nur 52 Sekunden. Aber trotzdem, wenn du nicht schlecht fährst, brauchst du mindestens einen Mute dafür. Schau' wir mal, wo wir landen. Durchschnittsgeschwindigkeitsduell und top 3 Platzierung. Erstmal mit dem Windschatten wieder reinknallen hier schon. Ist das nicht die Einführungsrunde gewesen? Das ist die erste Strecke, die wir gefahren sind. Ich glaube, das war knapp, ey. Ich habe mich ja wieder drehen sehen. Nein, was mache ich für eine Botze, Alter. Was ist denn Kurvenstrafe? Ich bin in der geraden Strecke in der Pampa gefahren. Was ist denn da an Kurvenstrafe? Ich wollte mich Gas geben, jetzt kommt das Schwindigkeit zu, ey. Schafft es, sehr gut. Alter, drifft das Punkte. Total ungewollt, aber gut. Das war schon Runde 2, ja. Oh, die warten sich auch sehr gut da vorne. Oh, Junge, ey. Komm raus aus der Kurze da. Ich muss Gas geben jetzt, ey. Das kommt der Kurvenstrafe, oder nicht? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erstmal vier Punkte Abzug. So, was haben wir jetzt gebraucht? Zwei Minuten wieder. Wir hatten gerade zwei Minuten, jetzt zwei Minuten, jetzt wieder zwei Minuten. Sind wir schon bei sechs. Oh, das ist insgesamt, ne, das ist insgesamt, ne. Vier Minuten sind wir jetzt. Also habe ich jetzt noch zwei Minuten Zeit, um auf den ersten Platz von der Welt ran müssen zu kommen. Das schaffen wir eh nicht mit dem Mini. So, jetzt habe ich die Runde, das sind dann nochmal zwei Minuten. Ach, das könnte aber, ich glaube, die letzte brauche ich gar nicht fahren. Das ist ja die allgemeine dann zusammengezählt. Da werden wir sehen. So ein Fehlstart. Die schaste Nachtfahrer, die sich immer mitten im Weg stellen müssen. Wow. Schafer Linkskurve, Alter. Nicht von schlechten Eltern. Das ist ne Kurvenstrafe? Nein, sehr gut. Das gibt ne Kurvenstrafe. Fuck you, Alter. Nein, wieso nur? Das war's. Kann ich mir erster werden. Ich kann nicht mehr erster werden. Das kannst du knicken jetzt. Ich glaube, die 50, 52 Sekunden habe ich auch nicht. Jetzt habe ich total verkackt. Ja. Das kann ich mir abschmieren. Fuck! Ich habe gedacht, wenn ich jetzt nur mit Vollgas da rein, noch ne Runde, wenn ich jetzt mit Vollgas da rein rotzeln. Nein, ich bin zu behindert. Ich bin so ein Scheißhaufen, Alter. Oh, fuck. Ficken, ey. So schlecht, Alter. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht, Alter. Ah! Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Den schädt jetzt nach oben. Und ich mache Kurvenstrafe, Alter. Ich bin so behindert. Ich bin so ein Scheiß. Oh mein Gott. Oh, das ist doch unglaublich. Den kann ich mir nur am Kopf hacken den ganzen Tag, ne? Den kann ich mir echt am Kopf hacken. 7 Minuten 30. Ne. Soll ich... Rookie Trophäe. Indien-Fan. Wow. Stufe 9. Wow. Stufe 10. Dreck 2 Stufe 9 übersprungen. Lotus. Sehr schön. Mertocides Benz. Bestenliste. Mal gucken, wo wir gelandet sind. Falls man das überhaupt sieht. 7 Minuten noch. Ach du Scheiße. Komm, kannst vergessen. 37 Minuten hatten wir gehabt. Meine globale Platzierung. Top 50. Da bin ich aber eh nicht dabei. Ah. Ja, meine globale... Wo sehe ich das denn? Ist auch mir scheißegal. So Leute. Das war's dann erstmal in diesem Video. Wir machen weiter. Ja, und dann sehen wir uns gleich im nächsten Teil DriveClub wieder. Schauen wir mal eben. German Sports Series machen wir dann gleich. Also, wieder schauen, reingehauen. Das war's dann. Vielen Dank.